Hallo und willkommen bei Hartverrat. In diesem Video die Technik-News der Kalenderwoche 34, 2015. Die GTX 950 wurde released und man hatte eigentlich die Erwartung, dass Nvidia preis-leistungstechnisch was Gutes herausbringen möchte. Die GTX 750T hat 640 Shader, die GTX 960 hat 1024 Shader. Man ist davon ausgegangen, dass die GTX 950 128 weniger Shader hat als die GTX 960. Sie hat aber ganze 256 Shader weniger. Das sind gerade mal 128 Shader mehr als die GTX 750Ti. Trotz dass sie weniger Shader hat, hat sie nicht mal einen allzu hohen Takt. Der Standard-Takt ist deutlich geringer als der von der GTX 960. Der Boost-Takt ist ca. gleich. Naja, es gibt aber immer noch natürlich die OC-Modelle. Trotzdem ist der Preis ziemlich schlecht. Sie gibt es nämlich derzeit ab 165 Euro zu kaufen. Das sind gerade mal 25 Euro Ersparnis gegenüber der GTX 960, bei der man aber deutlich mehr bekommt. Rein rechnerisch bekommt man für 15% mehr Geld 33% mehr Leistung. Und wenn man es mal mit AMD-Grafikkarten vergleicht, ist es noch viel krasser. Die R9 270X, die es derzeit für 150 Euro ungefähr gibt, ist stärker als die GTX 950. Es macht also derzeit in fast keinem Fall Sinn, eine GTX 950 zu kaufen. Außerdem kommt von AMD bald sowieso die R9 370X raus, die etwas stärker als die 270X ist. Nvidia selber bewirbt die Karte für MOBA-Spieler. Durch besondere Latenzoptimierungen im GeForce Experience-Programm. Das bedeutet aber nur, dass die Grafikkarte den Frame-Puffer verringert, also von 3 Frames auf 1 Frame. Das kann man auch schon seit Ewigkeiten selber im GeForce-Treiber machen. Microsofts Major Nelson hat etwas Großes für das August-Update angekündigt. Man kann da nämlich Xbox One-Spiele in 1080p mit 60 FPS streamen. Sofern natürlich auch das Spiel 60 FPS unterstützt. Auch das Netzwerk muss natürlich leistungsfähig genug sein. Außerdem gibt es noch ein paar Fixes für die Xbox-App. 60 FPS sind zwar schön und gut, aber wie jeder PC-Gamer weiß, sind das ganz genau 84 FPS zu wenig. Weil nur 144 FPS bzw. Hertz das wahre sind. AMDs nächste Grafikkartengeneration mit dem Codenamen Greenland werden bis zu 32 GB an HBM2-Speicher haben. Greenland wird höchstwahrscheinlich im 16-Nanometer-Verfahren von TSMC oder im 14-Nanometer-Verfahren von Samsung hergestellt. Der Vollausbau wird satte 15 bis 18 Milliarden Transistoren haben. Und wie AMD schon angekündigt hat, der HBM-Speicher wird noch schneller. Sonderlich viel weiß man allerdings noch nicht über die Grafikkarten. 32 GB wird wahrscheinlich auch nur eine Workstation-Grafikkarte haben. Oder das Dual-Modell des Flaggschiffes. Auf dem Intel Developer Forum 2015 gab es Neuigkeiten zu Intels 3D X-Point. Diese neue Speichertechnik, die ich letztens in den Technik-News hatte. Die Entwicklungen der 3D X-Point-Technik werden den Namen Optane bekommen. Oder halt Opten, hört sich wesentlich englischer an. Dazu gehört nicht nur Hardware, sondern auch Software. Die ersten Module mit dieser neuen Speichertechnik sollen den DDR4-Anschluss benutzen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass es auch PCI-Express-Lösungen geben wird. 2016 soll es Produkte mit dieser Technik nicht nur für Rechenzentren geben, sondern auch hinab bis zum Ultrabook. Intel hat einen eigenen Benchmark gezeigt. Intel zeigte einen eigenen Benchmark, wo die Intel DCP-3700 SSD 84.600 IOPS erreichte. Während die neue SSD mit der X-Point-Technik 461.800 IOPS erreichte. Das ist auf jeden Fall ein gigantischer Wert. Das war es dann mit den Technik-News für diese Woche. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Falls ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.